die fest beleuchtung hier also das video heißt ja mit dem zug durch marokko und deswegen wollen wir euch hier direkt einmal zeigen wo wir hier jetzt gelandet sind das ist unser zweier schlafwagen abteil richtig richtig deluxe das sieht super super cool aus aber da kommen wir erst quasi am ende des videos hier an nämlich ist das hier der nachtzug von usta nach casablanca und jetzt geht es erst mal los in fes unsere reise durch marokko geht es jetzt weiter und zwar okay eigentlich haben wir gedacht hier mit den zügen zu fahren aber es gibt natürlich nicht überall zuge deswegen fahren wir jetzt mit dem bus nach fes so jetzt sind wir in fes angekommen und jetzt haben wir die große aufgabe in der altstadt unser hotel zu finden die altstadt von fes deswegen eine der größten oder sogar die größte altstadt der welt also es ist wirklich riesengroß glücklicherweise unser hotel ist hier ziemlich am anfang das sollen eigentlich nur sechs sieben minuten zu laufen sein wir schauen mal auf was finden bei mir funktioniert der gps nicht hier habe ich das markiert ich glaube wir müssen eins zurück der nächstes problem ist hier halt weil die gassen so eng sind das halt das gps natürlich nicht richtig funktioniert da haben einige andere reisenden chef show an uns schon vor gewarnt dass man sich hier definitiv verlaufen wird und das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte idee ist sich hier tatsächlich einen guide zu nehmen der ein hier ein bisschen umführt oder eine tour zu machen das werden wir wahrscheinlich auch machen tatsächlich müssen wir mal gucken jetzt erst mal aber hostel finden das kriegen wir glaube ich noch auf eigene faust hin guest house nicht hieß irgendwie home hostel hier ist wieder mehr los So, gefrühstückt und jetzt geht es los in die Stadt und wir machen eine Free Walking Tour. So, jetzt geht es los in die Medina. Wir stehen hier am blauen Tor, da sind wir gestern auch schon durchgelaufen. Eins von 24 Toren in die Altstadt, tatsächlich die größte Altstadt der Welt. 24 Kilometer Mauern drumherum, 9400 Gassen, 700 Sackgassen und wahrscheinlich eine Menge zu sehen. Wir stehen hier am 2.0 und wir stellen hier am 2.0. So, jetzt geht es los in die Stadt und das Stadt. So, jetzt geht es los in die Stadt und die Stadt, die Stadt. So, jetzt geht es los in die Stadt. Das hier ist jetzt das alte Tor, was quasi dann im 14. Jahrhundert ausgedient hatte, weil dann die Stadt quasi größer wurde. Also bis jetzt waren wir quasi im Teil nach dem 14. Jahrhundert und jetzt gehen wir in den älteren Teil hinein. Und dann ist das unser Tourguide. Das ist unser Tourguide, genau. Was ist dein Name? Chlafa Fez Tourguide. Vielen Dank. Du kannst dir alle Videos aufhören. Perfekt, danke. Also das sind die Straßenschilder hier. Das steht halt hier auf jeder Straße immer oben auf Arabisch, dann auf Berberisch und dann auf Französisch. Also wenn die Schilder diese Form haben, ist das eine Sackgasse. Da vorne jetzt das nächste Tor und es geht ins 12. Jahrhundert. Also je näher man sich dem Zentrum nähert, desto älter wird das hier alles. Ja. 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 Das ist schon bemerkenswert, würde ich sagen, in den Zeiten hier. Super viele spannende Menschen studiert bei dieser Universität. Unter anderem ein... wo steht das jetzt? Ein Geograph, der Al Idrisi hieß. Und das ist der Mann, der die erste Weltkarte... Und nach seinem Namen, da kommt das Wort Adresse her. Wow, das ist super awesome. So, jetzt gehen wir langsam auf die Gerberei von Fees zu. Das ist, ich glaube, auch eine der ältesten Gerbereien der Welt. So, jetzt gehen wir langsam auf die Gerberei von Fees zu. Mal gucken, was wir da zu sehen bekommen und vor allem, was wir da zu riechen bekommen. Boah, ganz schön intensiv. Vor allem von Weitem sieht das irgendwie wie so alte Lappenlänge aus. Aber das ist ein Tierhaar. Ja. Das war unsere Walking Tour mit der Gerberei abgeschlossen. Das war schon, ja, sehr intensiv für uns, muss man absolut sagen. Ansonsten aber definitiv eine sehr spannende Stadt mit den fast 10.000 Gassen. Ja, ja, sehr gut. Hier wird auch fleißig Deutsch gesprochen und hier wird auch fleißig viel angeboten. Und überall kann man Souvenirs kaufen und so weiter. Schon sehr, sehr touristisch, aber ja, schon trotzdem ziemlich cool. Ja, sehr technisch auch. Wie viele Leute leben hier in der Stadt? In der Altstadt, ich glaube, 250.000. Ja, schon ziemlich auch. Im Vergleich zu Jerusalem Altstadt zum Beispiel 40.000 Leute. Also das ist schon wirklich nochmal deutlich größer hier. Und wie gesagt, das ist die größte Medina der Welt, also die größte Altstadt. Und ja, das merkt man auf jeden Fall. Also wir sollen jetzt hier eigentlich auf einer Hauptstraße sein. Also sonst würde gesagt, wir sollen nur geradeaus gehen. Dann kommen wir da bei uns am Tour an, bei unserem Hostel. Mal gucken. Mal gucken. Wir können uns verlaufen und nie wieder den Weg aus dem Stadt finden werden. Also jetzt sind wir im Taxi und wir verlassen Ves. Wir sind auf dem Weg zum Bahnhof und dann geht es fünf Stunden, ne sechs Stunden sogar, ne? Fünfeinhalb? Sechs Stunden mit dem Zug Richtung Osten bis an die Grenze zu Algerien. Eine Stadt namens Uida, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Also die Grenzstadt zu Algerien. Touristisch sehr wenig erschlossen, definitiv ein bisschen abenteuerlicher. Wir haben da ein cooles Airbnb gefunden und werden da ein paar Tage lang die Märkte und die Altstadt ETC erkunden. Und mal schauen, wie das so in nicht touristischen Städten hier in Marokko aussieht. Wir fahren jetzt quasi die ganze Zeit Richtung Osten. Und das coole ist, wir fahren quasi genau zwischen dem Riffgebirge im Norden von uns und dem Atlasgebirge im Süden von uns zwischendurch. Und es gibt wirklich richtig schöne Ausblicke die ganze Zeit. Schöne Berge, so mediterrane Landschaft. Sehr, sehr nett. Abgefahren wird jetzt auf jeden Fall doch echt wüstiger als ich erwartet hätte. Also ich muss sagen, ich hätte es mir hier doch grüner vorgestellt, soweit wir hier noch im Norden sind. Eigentlich haben wir ja noch so einen kleinen Bereich, wo die Sahara noch nicht ist. Aber das sieht hier schon sehr, sehr wüstig aus, muss ich sagen. Hier die Kamera raus holen. Papi wollte so schön erzählen, wie du hier mit den anderen Kindern spielst. Das ist, dass die Marokkaner ganz kinderlieb sind und sich ganz toll freundlich zu sehen. Super gut hier haben wir so einen kleinen Spielplatz in dem Gang errichtet. Ein paar Spielsachen von Olga, äh von Olga, von Kira und die anderen Kids freuen sich auch alle. 1, 2, 3, 4 Kinder hier. Super. Wir sind jetzt in Ujda, gestern angekommen, wurden abgeholt. Leider hat sich herausgestellt, dass unser Apartment nicht da ist, wo die auf Airbnb markiert wurde. Und zwar nicht fünf Minuten von Altstadt entfernt, sondern halbe Stunde. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum Altstadt. Gucken wir uns noch die umgebende, wie heißt das so, das Umgehen, das Start noch uns an. Im Moment alles noch zu, alles noch ziemlich verschlafen, obwohl es auch schon Richtung 12 Uhr ist. Aber hier beginnt das Leben ziemlich spät an. Hier stehen die Leute spät auf, fangen spät zu arbeiten. Aber wird es auch bislang noch alles auf sein und die Leute auch noch. 3,545 Uhr. 7,512 Uhr. 8,545 Uhr. 8,545 Uhr. 5,15 Uhr. Na, möchtest du noch einmal zum Zahnarzt? Ich glaube, es ist schön günstig hier zum Zahnarzt zu gehen. Zum Glück nicht. Ja, das ist jetzt unten die Altstadt von Ushtar, heute doch recht ausgestorben, größtenteils muss man sagen, aber auch irgendwie teilweise nicht so viel los. Aber heute ist auch Freitag, eigentlich in den oder in vielen muslimischen Ländern eigentlich immer der Hauptfeiertag in der Woche, wo die Leute dann frei haben. Hier ist es ja wie gesagt eigentlich anders, Samstag und Sonntag, so wie in Europa. Aber gut, vielleicht ist es hier... Vielleicht ist es hier so weit weg, dass die hier wirklich... Vielleicht ist es hier halt wieder anders, ja. Deswegen ja, noch nicht so viel los, aber gut. Jetzt trinken wir erstmal einen Kaffee und einen Saft und dann erkunden wir gleich noch ein bisschen weiter. Ja. War auch schon spannend und richtig anders, in so einer nicht touristischen Stadt zu sein. Am Anfang hatte ich auch, als wir so in Altstadt reinkamen, hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, mich so als Außenseiter zu fühlen, nicht so richtig irgendwie ins Alltag integriert zu sein, was natürlich auch stimmt. Aber andererseits ist es echt spannend, das so jetzt zu sehen und so zu erleben und zu sehen, wie die Städte jetzt ohne Tourismus wären. Und leider, muss man sagen, werden sie wahrscheinlich nicht so schön und nicht so gepflegt, weil die Stadt wird nicht so viel Geld da rein investieren, damit die Leute kommen und sich die schöne Städte angucken. Die Leute werden aus der Altstadt ausziehen, weil die Wohnungen dann größer und besser sind. das sieht sehr gut und sehr interessant. Das sieht interessant. Kekse. Kekse und Bässe vor sich dick. Der Bässe. Scheint süß zu sein. Ne, ist auch alles ein bisschen dicht hier teilweise. Ah ja doch, guck mal, die leben tatsächlich auch noch. Zumindest halbwegs. Aber guck mal, die sind ausgebrochen hier. Als Schneckensucker habe ich einmal in Frankreich gegessen, genau. Aber ich erinnere mich nicht mehr, wie das war. Aber ich glaube, so schlecht nicht. Ja, man muss richtig gewürzt werden, genau. Oh nein, so schön. Na ja, guck mal, hier gibt es weitere Spezialitäten. Wow. Boah, die essen sie auch, ne? Ja, wahrscheinlich. Das ist ja kein Haustiermarkt. Uff, das sind Schildkröten. Manger? Nein. Nein? Oh. Ne, essen sie nicht? Okay. Ja, es ist heute also definitiv so sehr vereinzelnd geöffnet. Beziehungsweise größtenteils halt einfach alles geschlossen. Hier hört jetzt gerade gar nichts auf, wo wir langlaufen. Aber da vorne geht wieder was. So, wir suchen uns jetzt auf jeden Fall langsam mal ein Café, wo wir Couscous essen können. Genau. Heute ist Freitag. Heute Freitag ist und dann gibt es Couscous hier, genau. Ja. Das sieht ja wieder richtig nice aus. Einmal Couscous mit Gemüse, Kichererbsen und Rosinen. Rosinen diesmal. Ja. Geil. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Jo, das war richtig lecker. Alles aufgeputzt hier, zu dritt, von einem Teller. Ist auch immer ziemlich spannend. Ganz cooler Laden. Sind auf jeden Fall nur Locals hier am Start. Und Freitag halt, wie gesagt, traditionell gibt es in den Restaurants immer den Couscous. Da haben wir auch zugeschlagen. Und jetzt die große Preisfarge. Das klären wir gleich. Was zahlen wir dafür? Mal gucken. Okay. Genau 50, die haben bezahlt. Was ziemlich genau 5 Euro sind. Ein bisschen weniger. Zwei Personen. Schon ein kleinticken teurer, doch als erwartet. Ja, aber auf jeden Fall günstiger als in Chefchaouen, in touristischer Stadt. Da haben wir für so einen Doppel von Couscous 90 bezahlt. Ja. Ganz klar. 90 sogar. Ja, 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 ja. Ja, das spiegelt sich hier sogar so doll. Ich kann mich hier sogar in der Teekanne hier füllen. Jetzt gibt es noch einen marokkanischen Tee. Das ist immer so schwarzer Tee, glaube ich, mit Pfefferminze. Richtig lecker. Richtig gut. Dazu gibt es dann hier ordentlich Zucker. Und immer ein Glas mit Wasser. Ganz wichtig, wenn man in Marokko Tee eingießt, muss man das immer so von oben machen, damit das schäumt. Ja, damit man hier den guten Schaum hat. Denn man darf einem Marokkaner keinen Tee servieren ohne Schaum, ne? Aber das ist, aber dann, irgendjemand hat uns die Geschichte erzählt, aber dann irgendwie wurden wir unterbrochen und es wurde nicht weitererzählt. Also den genauen Grund kenne ich nicht. Aber so macht man das hier. Ah ja, genau. 32 Dirham für zwei Tee und für einen großen Orangensaft für Kira. 3,20 Euro. Oder 3 Euro. Ziemlich genau 3 Euro, ja. Bisschen komisch jetzt. Wir sind auf dem Nachhauseweg und eigentlich wollten wir uns einfach aus dem Stadtzentrum ein Taxi nehmen. Damit bin ich wieder eine halbe Stunde laufen müssen, damit Kira auch schnell nach Hause kommt. Aber wir haben jetzt, ich weiß nicht, sechs, sieben Taxen angehalten und denen irgendwie die Adresse gezeigt. Und gut, unser Französisch ist nun wirklich nicht so gut. Also die genauen Gründe können wir nicht verstehen. Aber alle sagen, dass sie uns nicht mitnehmen wollen, dass sie da nicht hinfahren wollen. Keine Ahnung, woran das jetzt liegt. Ob das zu weit weg ist oder ob wir kein Französisch verstehen oder ob die Leute uns als Ausländer irgendwie nicht transportieren wollen. Wobei ich das ein bisschen komisch fände, weil das eigentlich einfach verdientes Geld ist in meinen Augen. Aber ja, aus irgendeinem Grund wollen sie uns nicht mitnehmen. Und man fühlt sich deswegen doch schon irgendwie so ein bisschen komisch. Wo man hier halt auch so als einziger Tourist rumläuft. Ja. Wir haben ja schon gesagt, dass Usch da an der Grenze zu Algerien ist. Und freundlicherweise fahren wir jetzt gerade mit unseren Airbnb-Host mit seinem Auto. Und er hat gesagt, irgendwie er gibt uns eine kleine Tour. Wir haben gesagt, ja, okay, machen wir gerne. Keine Ahnung, wo er oder was er vorhatte. Und ja, wie sich herausstellt, fahren wir jetzt einmal eben zur Grenze. Wir sind 15 Kilometer von der Stadt. Und ja, ich glaube, da vorne sind wir gleich sogar auch schon da. Wow. Spannender Ort. Wir sind hier. Können wir Fotos machen? Ist das okay? Ja. Vielleicht noch Videos. Vielleicht nicht? Nein. Nein Fotos. Nein Fotos. Nein Fotos. Ah. Richtig. Algeria, Morrocco. Ja. Fernet. Ja. Für wie lange? Nein. Nicht in den Karten. Nein. Nicht in den Karten. Nein. Nein. Walking? Walking? Nein. Firmiert. Firmiert. Wie lange? Ein Jahr, zwei Jahre? In Belgien und in drei. In Belgien und in drei. Ich sehe Firmiert. Gut. Da ist auf jeden Fall die Grenze. In viele Videos. Videos, wenn wir hier und dann hier. Nein, kein Problem. Ja. Okay. Da kommt ein anderer. Da kommt der Grenzbeamte an. Salam. Salam Aleikum. Mega abgefahren. Heute ist auf jeden Fall richtig viel los hier. Wir gehen gleich nochmal auch in die Altstadt rein und schauen mal was da dann los ist. Aber gestern nicht so viel los. Jetzt steppt hier wirklich der Bär. Jetzt sind wir zurück von unserer kleinen Tour mit unserem Airbnb Host. Das war richtig cool. Einmal zur Grenze. Schon eine sehr besondere Art. Und jetzt haben wir uns hier gerade im Restaurant was zu essen bestellt. Das war gerade total witzig. Weil ich halt nicht so gut Französisch spreche und die Leute hier teilweise auch nicht so gut Englisch. Und auf einmal meinte der Typ dann so, dass er Spanisch spricht. Und ich so, ja, ich kann Spanisch sprechen. Dann konnte ich ihm alles erklären, was er essen wollte. Das war total witzig. Wow. Auf jeden Fall richtig viel los jetzt heute Abend. Genau. Das Essen war ganz gut. Es gab so eine Bohnensuppe irgendwie. Jetzt schauen wir mal vielleicht hier rechts irgendwie lang. Was hier heute Abend, Samstagabend, in Usta denn so los ist. Was ist in Spanisch? Ja? Hablo? Ich bin nicht aus Spanisch. Ich bin in Alemannsja. Er hat ein ganzes Wort. Ich bin in Spanisch. Kannst du auf den Platz zu être aus? Ja? Allemannsjaer spricht。 perfekt. Ich bin auch Marroqubin. Ich habe hier die Spanien gesprochen, weil ich hier bin. Ich bin seit 17 Jahren in Spanien. Und ein Jahr und ein halbes Jahr in Frankreich, in Bordeaux. Wie gut. Ich bin sehr froh, ich bin Süleyman. Vielen Dank, ich bin Miguel. Ich bin sehr froh, Miguel. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Bis zum nächsten Mal. Die Schneckenauswahl ist auf jeden Fall größer geworden. Genau hier waren wir doch gestern auch. Aber das war definitiv ein bisschen anders hier gestern. Jetzt haben wir die ganzen Läden hier auf. Oh wow. Boah und es ist so viel mehr los. Das war gestern hier wie ausgestorben. Wow. Wow. Also hier kriegt man einen fetten Beutel Oliven. Zwei Sorten haben wir jetzt gekauft. Für 10 der Ram. Also für 1 Euro. Ich glaube Oliven sind wirklich so ziemlich das günstigste was man in Marokko kaufen kann. Einfach der Oberhammer. Und sieht man das? Ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall echt genial. Es ist hier dieses riesige, moderne Bahnhofsgebäude mit irgendwelchen fancy Läden und so weiter, die aber halt auch irgendwie, ja, alle nicht in Betrieb sind. Und jetzt hier bei der Zuganzeige, da steht halt nur unser Zug, der heute Abend um halb zehn halt losfährt. Halb zehn? Ich dachte eigentlich halb neun. Naja, irgendwie so. Und jetzt ist es, ich weiß nicht, 13 Uhr oder so, ist der einzige Zug, der heute fährt, ne? Diese zwei Papierstücke sind jetzt sehr wichtig und kosten jeweils fast 50 Euro, dürfen wir nicht verlieren. Das sind unsere Zugtickets und zwar für den Nachtzug für eine Zweierabteil, wo wir nur zu zweit sind, zu dritt. Zu dritt, zu dritt, zu dritt, zu dritt. Kira mussten wir glücklicherweise kein Zugticket kaufen, die fährt mit ihrem Sport-Supercar direkt nach Casablanca. Ich finde das super gut, da vorne ist jetzt der Typ mit der Fernsteuerung und der fährt Kira hier jetzt ein bisschen herum. Hier stehen die ganzen Teile. Das haben wir auch schon in anderen Ländern gesehen. Also in Kyrgyzstan, in Bishkek, habe ich das vor allem, glaube ich, das erste Mal gesehen. Aber ich glaube, mittlerweile gibt es das so gut wie überall in Deutschland. Weiß ich gar nicht genau. Aber an sich finde ich es eigentlich ziemlich cool. Ist halt so auch Sharing Economy. Ja, sie fangen die kleinen Kids auch schon an, ihre Spielsachen zu teilen. Muss man das Ganze Zeuglich selber kaufen, weil genau solche Autos habe ich auf jeden Fall in Israel gesehen, dass die Eltern da mit ihren Kids da an der Promenade rumfahren. Und dann hat ein Kind eins und ein Teil. Also das ist ja nun wirklich absolut bescheuert. Und jetzt kann Kira hier damit rumdüsen. Bringt ihr auf jeden Fall Spaß. Sieht super aus. Sieht ziemlich spaßig aus hier. 21.35 Uhr. Okay, wir sind wieder beim Bahnhof. Und schauen mal, ob unser Zug schon da ist. Wir sind ein bisschen früh tatsächlich da. Dreiviertelstunde früher. Typisch deutsch natürlich. Schauen wir mal, ob wir schon in den Zug reinkommen. Das ist wie gesagt ein Nachtzug jetzt nach Casablanca für 10 Stunden. Ja, ungefähr. 10 Stunden. Und dann fahren wir von Casablanca direkt weiter mit einem normalen Zug nach Marrakesch. Das ist jetzt unser nächstes Ziel. Bei Usta auf der einen Seite natürlich echt interessant gewesen. Schon spannend durch die Altstadt gelaufen. So ein ganz quasi natürliches Marokko gesehen. So ein alltägliches Marokko. Also wie die Locals hier tagtäglich leben. Ohne halt den Einfluss von großen Touristenmassen. Wie es halt in Chefjawan oder in Fes natürlich war. Auf der anderen Seite natürlich dadurch auch ja wirklich gar keine touristische Infrastruktur. Halt Probleme gehabt mit den Taxis und so weiter. Das ist natürlich auf der einen Seite dann auch abenteuerlich. Und ja, also es hat alles immer dann seine Vor- und seine Nachteile. Ich hoffe ja jedenfalls sehr, sehr interessant hier zu sein. Ich glaube, drei Nächte waren wir jetzt hier, wenn mich nicht alles täuscht. Heute ist Sonntag und jetzt geht es dann mit dem Nachtzug und weiteren Zug nach Marrakesch. Insgesamt wahrscheinlich 13, 14 Stunden Reise. Wir fahren wirklich aber komplett ans andere Ende von Marokko. Runter nach Marrakesch und ja, bin super gespannt, was uns da erwartet. Salam. Salam. Du bist. Merci. Okay, unsere 8. Aha, okay. This is me. Ah, okay. Ah, okay. Okay, merci. Oh, schön frische Luft hier drinne. Das ist nicht gut. Ja, wow. Unsere Kombüse hier. Ui, cool. Doppel-Apartment, geil. Mit Waschbecken und Sitz sogar auch noch. Wow. Naja, für... Ja, für wie viel? 200 Euro? Nee, 100 Euro? Nee, nee, nee. Für 94 Euro für uns beide. 94 Euro für uns beide. Für uns drei. Richtig. 94 Euro für 10 Stunden Zugfahrt. In einem geilen Zweier-Apartment hier. Das scheint ziemlich nice. Okay, gute Nacht. Wir sehen uns in Marrakesch. Hui. Wow. Musik. 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 Vielen Dank.